Der stationäre Einfach-Scherenhubtisch Ameise ist ein Multitalent für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Für den täglichen Einsatz kann der stationäre Hubtisch sowohl auf dem Boden montiert als auch in den Boden eingelassen werden. Die Höhe des Scherenhubtisches lässt sich hydraulisch und stufenlos einstellen. Um die Ladung auf eine individuell rückenschonende und ergonomische Arbeitshöhe zu bringen, wird die Plattform bequem per Handtaster bedient. Das Bedienelement ist mit einem 2,65 Meter langen Kabel am Hubtisch angeschlossen, damit Sie ihn auch aus der Distanz mit Schlüsselschalter und Notausschalter sicher bedienen können. Zusätzliche Sicherheit bieten der Sicherheitsschutzrahmen und die Inspektionsstützen, die verhindern, dass sich der Hubtisch bei Servicearbeiten unbeabsichtigt absenkt. Neben der Sicherheit ist die lange Lebensdauer ein großes Plus des Scherenhubtisches. Die pulverbeschichtete Plattform aus Glattblech, der Unterrahmen aus geschweisstem Winkelprofil und die stabile Scherenverstrebung gewährleisten eine stabile und langlebige Konstruktion. Auch die Qualitätspumpe mit Überdruckventil garantiert einen langfristig zuverlässigen Einsatz und schützt vor Überlastung. Der Scherenhubtisch Ameise mit Einfachschere macht das ergonomische Arbeiten in Ihrem Betrieb noch bequemer und produktiver. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Varianten mit der für Sie passenden Tragkraft.